Nichts tödlich ist. Kommt man schon mehr? Du sprust weg! Okay. Ich drück drauf und du musst im richtigen Moment. Jetzt. Das hat echt geklappt. Drück mal und leg ihn hier drauf. So random, ne? Was? So random, ich bin einfach reingelaufen. Ich dachte, das ist abgeklärt. So, ein Gas. Oh, das waren zwei Schuhe. Ha, what the fuck? Ich kann mich echt auf meinen Teammate verlassen. Ja, natürlich immer. Ich weiß nicht, doch. Hä? Hä? Das ist gerade das Hochgegang. Einmal mit Profis. Ich begreife es nicht. Ich bin zu hoch. Ja, ich bin zu hochgemacht. Ich bin ernst klar. Trip-Kono. Was macht ihr denn das? Was schießt du denn das? Was schiegt nicht. Vielleicht können wir das hier irgendwie ausflutzen. Einmal noch aufstehen bitte. Das war's für heute.